Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch schon wieder auf das 2, what the ffff. Ich hab eben extra schon 1 übersprungen, weil das auch wieder das 2 war und das war ein ultra langweiliges Dingspiel, wo sie sich geboostet haben, also das war Schwachsinn. Ich hoffe, da hinten hat einer Spinboard an, habt ihr es gesehen? Der da? Wir haben wieder ein Spiel Cheater gegen Cheater, oh mein Gott. Also, an diesen Teilen merkt man einfach, wie der... Der letzte Schuss war noch nicht mal sichtbar, mein Freund. Wie Trust eben die Leute zusammenwürfelt. Es läuft, es läuft... Oh, und er geht auch ab, oder war das gerade mit der Hand? Wir können es leider... Guck mal, wenn er guckt, wenn er guckt hinter ihm. Hey, 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 nicht an die Wand gucken, mein Freund. Ich will dein Mate sehen. Naja. Ähm, worauf es mir aber eigentlich ankommt in diesem Video ist, oder was ich gerne wissen will von euch, wow. Ich denke, dass er auch, ähm, Spinboard, die Nummer 4, also hier oben auf der Karte, er hier, der hinter ihm steht, weil er gibt durch die Wand die ganze Zeit die Headshots. Und immer nur dann, wenn da auch einer steht, er ruckelt vor sich hin, was auch ein Fake-Lag sein könnte, aber auf der Karte bin ich mir nicht sicher, ob der Fake-Lag da durch, äh, kommt überhaupt. Das ist ein reines Cheater gegen Cheater-Spiel. Oh mein Gott, wie geil. Da ist er. Man sieht's. Wie, wie er vor sich hin, äh, hinwurstet. Oh mein Gott, und er schießt den da oben ab, oder was? Die haben alle an. Die haben alle an. Okay, wartet, wartet. Vielleicht werde ich es in einem anderen Video machen, was ich eigentlich fragen wollte. Vielleicht ist das ja einfach das Hardcore-Cheater-gegen-Cheater-Match. Eigentlich hatte ich voll das krasse Thema vorbereitet, aber das übertüncht gerade alles, was nur möglich ist. Gibt's hier jemanden, der nicht cheatet? Das waren doch jetzt zwei oder drei Spin-Botter im Gegner-Team. In seinem eigenen Team, der auf Mitte, der da, mit Spin-Bot, Violet. Und der andere hat mindestens, äh, auch Wall-Hackt. Der hat auf Long nämlich schon vorge-pre-aimt. Mal gucken, was, was der Kollege da hinten macht. Die Nummer zwei, das ist Heron. Ich hoffe, die Zahlen stimmen überein. Ich nehme an, das ist so. Ja, wir können's ja gucken. Er ist Nummer fünf, der Suspect. Lass mal kurz nach den Stats gucken, wartet mal. Ähm, der Suspect 10-6. Okay. Wow. Das ultimative Cheater-gegen-Cheater-Spielen. Ähm, wobei ich bei, ja gut, er hat höchstwahrscheinlich, also auf jeden Fall ein Wall-Hack. Er sieht auch, wo die Leute stehen. Aber wobei, er könnte es auch ge-callt haben, also gesehen haben. Naja, aber man, man merkt, der, ähm, ja. Das ist ein volles Cheater-Game. Also, wer da ohne Cheats mitspielen muss, weil er einen schlechten Trust-Faktor hat, damit reingewürfelt wird, ist echt der, 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 der arme Sau. Wirklich eine höchstarme Sau. Das ist, das ist eine Frechheit. Guck mal, da hinten, wie er sich spinnt. Wie er abgeht. Ich denke, ich denke wahrscheinlich, oh shit, ich denke wahrscheinlich, ähm, ja, hat hier einen Großteil an. Die Cities, äh, sind zu viert. Also, vier Cheater haben wir schon entdeckt bei dem City. Ne, drei. Ich denke, das wahrscheinlich, so gut wie alle an der... The Frog! Oh shit. Froggy Boy. Ja, und er sieht ihn auf jeden Fall. Also, er hat auch, ähm... Oh shit! Oh mein Gott, das ist, äh, das finde ich gerade ziemlich geil. Ich hatte, ich hatte schon Cheater gegen Cheater Games, auf jeden Fall. Aber das hier ist gerade echt der Overkill. So viele Leute, die cheaten. Das Maximum waren, glaube ich, waren es vier? Waren es vier, die cheaten? Zwei, zwei. Hier sind es ja alleine drei Cities und Minimum zwei oder drei Tees. Ähm, Achtung, guck mal, was er macht, Banjo. Vielleicht ist Banjo einer der normalen Spieler. Weil er einfach da hinten steht und halt abwartet, bis er geholt wird. Der arme Kerl, der arme Banjo. Wir gucken mal nach seinen Stats. Das ist echt bitter. 1, 11. Es könnte sein, dass er jemand ist, der nicht anhat, so wie alle anderen. Na gut, die zwei wahrscheinlich auch nicht. Aber hier die, ähm, höchstwahrscheinlich. Und, äh, eigentlich auch noch ein, noch ein dritter. Nicht nur die zwei, sondern noch ein dritter, der mit Wallhack rumfuhrwerkt. Wow. Das ist wirklich heavy. Das ist wirklich höchst heavy. Na gut, das, das, was ich euch fragen wollte, frage ich euch da einfach im nächsten Overwatch. Oder, oh, die beiden spinnen, wie gesagt, warum spinnen die Ficker? Ähm, ähm, ja, oder eben, eigentlich wollte ich es noch nicht mal im Overwatch machen. Ich habe es jetzt nur gemacht, weil ich gerade am Uploaden bin. Und wenn ich uploade, kann ich nichts machen online, weil ich da einen Ping von 8 Millionen habe. Ähm, ja, deswegen dachte ich, ich mache es einfach im Overwatch. Ihr guckt die Overwatches ja eigentlich auch ganz gerne, beziehungsweise sehr gerne. Es gibt, glaube ich, einen ganz, ganz winzigen Teil, ich habe jetzt gewisse Umfragen gemacht, von 100% der Leute, die diese Overwatches schauen, enjoyen. 97%, 98% der Leute, sie, äh, höchst krass. Also, euch gefällt das sehr, sehr gut. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige, die sagen, ja, mir gefällt es nicht so gut. Ähm, aber ja, kann er nicht alle glücklich machen, beziehungsweise ich mache ja nicht jeden Tag Overwatches. Aber jetzt hat er sogar, ne, jetzt fände ich es aber nicht an zu spinnen, mein Freund. Bitte nicht, ich habe jetzt keinen Bock auf einen Drehwurm. Snipe! Schnüpperle! Mh, shit, das ultimative, wie ist der Titel hiervon? Das ultimative Cheat Game. Das muss so richtig kraftvoll klingen. Global Cheater am Silver 1 vergewaltigen. Nein, ähm, Gronkh. Ich weiß nicht, was ich, wie ich das Ding nennen soll. Hart, wow, wie das aussieht. Was ist noch im Boot? Pam! Das ist einfach so bescheuert. Guckt euch diese zwei Boys an. Die warten jetzt drauf. Also, ich habe, es gibt auch so richtige Cheater gegen Cheater Spiele, also die wirklich extra ausgerichtet werden. Die kommen aber nicht ins Overwatch, das sind ein privater Server. Und, ähm, da geht es wirklich auch um, also bei Cheatern gibt es auch einen gewissen Skill. Nicht nur der Skill der kleinen Pimmeligkeit, sondern auch den Skill dann zu wissen, ab wann und wo du durch die Wand schießen kannst, erschossen werden kannst, an welchen Stellen. Dann kommt die Situation wie gerade eben das mit diesen zwei Spinbottern. Das geht ja alles mehr oder weniger automatisch. Und sie müssen genau wissen, ab wann sie wie getroffen werden können. Es gibt sogar Stellen, aus denen man ja rausschießen kann, aus dem guten Winkel, aber nicht getroffen werden kann. Und darum geht es dann bei diesen Cheater vs. Cheater Games, die natürlich völlig humbug sind. Also, ich meine, das ist bescheuert. So, was kann man, ähm, zu Unterhaltungszwecken? Ich meine, da ist es, da schadet es immerhin niemandem. Ja, wenn das einfach Cheater gegen Cheater sind, diese Lobbys werden extra dafür ausgerichtet. Also, die Leute wissen, ich muss cheaten, um hier mitmachen zu können und ich werde gegen andere Cheater spielen. Deswegen ist es was, ähm, ich würde sagen, was eigenes für sich. Das macht mir nicht viel aus. Aber wahrscheinlich wird das eben auch genutzt, um Cheats zu ertesten, zu, äh, weiter, weiterzuentwickeln. Vielleicht, ähm, äh, ja. Und natürlich sollte das nicht den Cheatern zugute kommen. Okay, äh, also er hat auf jeden Fall ein Aim Assist und hat auch manchmal komisch rumgelockt. Da das eh ein volles Cheater Game war, drücke ich jetzt diese beiden Teile. War da noch ein Bunnyhop dabei, da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Also, das gibt eh den Bann, wahrscheinlich für die gesamte Lobby. Den geht alle. Ne, nicht für die gesamte Lobby, aber ich denke, es wurden mindestens mit, mit ihm zusammen mindestens vier, fünf Leute reported. Ähm, ja, das gibt hart auf die Fresse. Vision Assist war zu 100% da und bringt ihm auch den kompletten Bann. Ähm, aber ich habe, äh, hoppala. Ja, doch. Aber, ähm, ja, manchmal hat er gelockt, aber ich habe da jetzt nicht speziell drauf geachtet. Also, da muss ich es zugeben, habe ich, äh, vielleicht, habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber, keine Sorge, das ist auch eine Major Disruption. Das wird jeder andere Overwatcher auch zu sehen und dann bekommt er den Bann zu 100%. Da gibt es dann, ja, ja, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht richtig drauf geguckt habe. Natürlich gibt es für euch jetzt auch noch ein kleines Gipfel hier am Ende zu gewinnen. Und zwar geht es um diese Tuxedo. Einer der fleißigen Zuschauer, der bis zum Ende geguckt hat, also bis jetzt eben guckt, kann hier das Teil gewinnen. Macht dafür einfach folgendes. In eurem Kommentar, den ihr geschrieben habt, macht ihr einfach zwischen einem und einem anderen Wort. Irgendwo an irgendeiner Stelle, anstatt einem Leerzeichen, einfach drei oder vier. Eine etwas größere Spalte, nicht riesig, nicht mehr wie vier. Aber so drei oder vier Leerzeichen, klack, 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 klack. Und, ähm, ja, schreibt da gerade so mal weiter. Ich denke, das fällt keinem auf, verstehst du? Codewörter sind manchmal so, dass sie dann doch herausgelesen werden können. Vor allem, weil es Spaßvögel gibt, die als Kommentar nur das Codewort schreiben. Natürlich können die nichts gewinnen. Okay, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.